jo leute was geht ab herzlich willkommen zum nächsten video seid gegrüßt heute mal endlich wieder eine vernünftige bonus an vorbereitet 23 spiele sind es geworden 1000 euro war start bei der ein oder anderen sehr gute base game hits bekommen ich glaube sonst hätte ich keine 23 spiele zustande bekommen ich würde sagen wir fangen an es geht ja das endergebnis zählt 23 spiele viele spiele alle zwischen 80 cent und 1 euro 50 glaube ich wünsche es richtig ja doch alle zwischen 80 cent und 1 euro 50 würde sagen wir fangen an mit der ersten slot book of ballen weil sie wissen wo ich spiele schaut gern in der video beschreibung wobei ich sage es aber wenn man wieder spiele am besten gar nicht schaut die films schaut die videos falls euch die gefallen oder so gerne ein kostenloses abo würde mich sehr freuen und ja dann jetzt zum komischer wenigstens ein 3er für 100 x wenigstens ein 3er für 100 x das ist wieder der klassiker einmal zwei stück und das war es dann und dann ist wieder feierabend volle reihe kumel müll 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 komm schon johnny der hatte heute gar keinen bock 39 euro 50 der typische bonus anstatt sage ich mal wir gehen weiter so mal gucken ob jimmy heute mehr bock hat als johnny so mehr jimmy schon mal ach nö das ist das schlimmste das ist das schlimmste meiner meinung nach wenn wir auf level 2 starten das ist nicht so gut aber egal vielleicht hat er heute bock auf 1 euro 20 sind wir gehen rein ich würde mich selbst die daumen komm schon ich hoffe wer hat das angeln jetzt nicht verlernt weil big best flash diesen monat hey der war nicht besonders gut bis dann der war nicht besonders gut zwei kleine fische an der angler mal 2 36 euro ja holen wir mit aber wir brauchen noch 3 jimmy ich will in die nächste verlängerung ich will in die nächste verlängerung das klar und das kann man jetzt schon wieder sehen wird nichts an ange wenigstens nur einen guten fisch kommt auf die 100 x irgendwie ja ok die sind vernünftig die sind vernünftig 76 euro immerhin immerhin fast 100 x und zwei spins sind ja doch zweitens haben wir noch eins bin noch kommt schon schade aber war okay war okay für jimmy big best flash 115 euro ist und nehmen wir mit so erster pragmatic erster gambo slot a als symbol ein eigentlich gutes symbol a nehm ich gerne hin wenn ja ok vier war ok 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 ein voll bekommt ein vollbild kommt ich merke ich merke ich merke 50 schon mal 3 3 3 zu wenig komm ein vollbild kollege komm schon immer wenigstens nur ein vierer zum schluss 1 bin haben wir noch kaum schon ein vierer kriegst nur hin ein vierer kriegst du noch in 66 euro er mag er mag er mag so nix dass dort prägmatik ja ich gibst du heute sind auch wieder relativ viele prägmatik stots am start ich muss sagen aber prägmatik auch im base game also zb jetzt auf olympus ich kann nicht rein in die freispiele ja der hat mir ist sehr gute gegeben öfters über 100 x komm schon und er macht gar nichts oder was wie ging die freispiele aber auch sehr schnell rein komm ich sag es immer wieder mit schnellen freispielen die sind zu 90 prozent absolute abfall der erste multi nach zehn spinz 11 wo komm mehr multis hebt noch mal deine hand hebt noch mal deine hand komm da viel platz kommt schon schade schade 16 euro 4 spins noch komm schon nö grün 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 4er multi nochmal on top 9er multi erst ach ich muss premium kundig schon connecten grün ja lila 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 kommt alles so außer das was ich sage ja egal ok 31 letzter spin komm einen machst du noch einen machst du noch schade 58 11 ja ne ehrmüll nicht mal 50x kollege so ja webda 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 mag ich eigentlich gar nicht mehr mag ich absolut gar nicht mehr weil er meistens bei mir bei 32er multi aufhört wenn wir überhaupt da hinkommen wenn wir überhaupt da hinkommen ja connected wide of 1 wide of 1 kollege müll 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 ja connected car connected cool connected das platz jetzt irgendwie so wo haben wir sind erst mal 8 da muss noch gar nichts richtiges connecten ja gut 6,40 euro eh danke wide of gibt es ja nicht mehr ja noch mal viel platz jetzt sind wir da bei dem berühmten 32er multi man gucken ob jetzt noch was kommt letzter spin ja wie ich es gewusst habe das meine ich mit ansage mit ansage der geht nicht mehr höher als 32 das krass so nächste bücher start und auch hier a wie eben bei der gambo start bei sand magic jetzt bei books and bulls ich hätte lieber ja auch hier den vierer ich hätte lieber den büffel gehabt spiel dich lieber aber wenn jetzt ein vollbild kommt mit a bin ich auch hier sehr zufrieden komm schon mach dann wieder das gleiche wie ein 4er und dann nur noch 3 oder was wie eben wie wie kam eben raus ich glaube 60 irgendwas mit 60 komm ein 4er da sind wir bei 100x dann ist okay ja ok gut 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 fast bei 100x ja ich weiß da fehlen jetzt nur 6 euro aber die macht er jetzt im letzten spring macht er die noch und die verlängerung auch noch schade aber ja 100x gut 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 alles über 100x schmeckt wir sind nicht mal bei 100x 1 euro fehlt dann Müll dann Müll dann Müll wir gehen rein jetzt einfach ein guter hit für 30er Multi so dann ist doch gut 5 lines auch schon länger nichts mehr Gutes bezahlt 5 lines könnte es auch noch mal einen guten Gewinn bringen komm schon komm 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 bis dann noch nicht ein Multi bis dann noch nicht ein Multi gesehen ja ja nein mach doch ein bisschen weiter mach doch ein bisschen weiter gute Symbole aber zu viel aufgehört 61 Euro ok ja nochmal Multi mit schmutzigem Kuh Reis Binzner komm schon Kollege schön schwer letzter Spin letzter Spin jetzt komm schon einhauen Fisch auf 2 Mann 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 Fisch auf 2 das wärs das wärs gewesen ja also Pragmatic heute wieder so zwischen 50x und 90x sag ich mal jetzt Hexer hier habe ich tatsächlich das erste Mal 4 Kerzen bekommen was bringt das ich glaube aber nur mehr Spins oder ja 15 bin ich glaube sonst hat man 10 oder sogar nur 8 ich bin mir nicht sicher ja da ist der Mond der Mann den Mond ist da den brauchen wir auch aber das ist ein schmutziger Multi nur 2 am Multi hier auf den blauen Kollegen der nicht wow 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 nochmal jetzt aber was Gutes bitte wieder nur so ein Bulu die wir gar nicht im Spiel haben ey danke also bei der Slot habe ich auch noch nie wirklich Glück gehabt ich muss sagen ich komme fast immer rein wenn ich den Slot spiele aber die Freispiele die sind bei mir die laufen halt so die laufen halt so ob mit 3 oder mit 4 Kerzen das ist egal wir haben noch 7 Spins kommen schon der muss doch mit 15 Spins wenigstens die 100x knacken mit 15 Spins Kollege ach du scheiße Mann im Mond wo bist du Mann im Mond die kleinsten Gewinde überhaupt lächerlich lächerlich kann nicht wahr sein letzter Spin am Ende ich komme noch die Zusatz Chance wo der Typ eh nicht kommt letzte Chance 23 Euro mit 15 Spins Müll so so ist man es sah das ähm er habe ich einmal im Team Glück gehabt im Base Game aber nur ich glaube sehr unerwartet dreimal White ja viele von euch der ein oder andere waren vielleicht vielleicht dabei im Stream das hat geknallt aber in den Freispielen die Freispiele waren bis dann immer Müll bei mir und das hier sieht auch sehr stark mein Magerquark aus jetzt schreibe ich sie schon die Kommentare du hättest Hattes leben müssen habe ich davor geholt der kam aber nicht der Kollege Hattes kam nicht ja irgendwann Multi ist ok ihr könnt noch was werden zwei Spins haben wir noch aber könnt könnt was werden 42 ok komm 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 ja ok ich glaube wir sind über 100 x auf jeden Fall bumm 187 einfach biegen wäre gut letzter Spin ach nö 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 der letzte Spin war unnötig schade aber besters dort am heutigen Mittag soll doch beraten sehr gut ey das waren die ersten guten Freispiele bei Deathslot die Schatten die Schatten gut so Ramsesburg leider wieder nur ein Müll Symbol wie so oft bei Ramses aber mal schauen 1-2 Vollbilder da bin ich auch zufrieden komm schon Ramsesburg komm 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 Müll zu wenig 3 Stück zu wenig ich will es nicht zu laut sagen aber es sieht so laut es sieht aus als ob ich tatsächlich mal wieder Plus mache mit einer Bonus und ich will nichts ich will es nicht zu laut sagen ich wollte es eigentlich gar nicht sagen ich wollte es eigentlich gar nicht sagen aber wir sind bei 750 knapp wir haben oh jetzt die Verlängerung oh Ramsesburg wenn du wenigstens viermal Ramses der dritte Ramses 1 runter man schade ähm echt viele Spiele und ja meistens halt so 50 x meistens 50 x wie jetzt auch hier wieder Ramses ja ist nicht okay eigentlich aber besser als 0 ach nö ok also ich weiß LolliCat speichert keine Freispiele sie haben einen vorigen Gewinn von 68,80 dankeschön ey man das mit LolliCat ärgert mich jetzt ein bisschen bei LolliCat neu hier auf der Seite beziehungsweise der komplette Provider da hab ich gedacht oh geil LolliCat war bei Winnie gut und jetzt ich wusste ich dass die Freispiele nicht beichern man ey schade La Dolce Vita wo bist du wo bist du wo bist du wo bist du äh danke behalte deine 5€ Flasche Müll La Dolce Vita ey so ein Schmutz wow ich probiere es immer wieder gell ich probiere es immer wieder zwei Stück und wieder der billig billig wein ding eigentlich immer gut für 100x sag ich immer hier aber jetzt sind 20x und das ist 29€ ne 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 so erste No Limit Slot und die einzige ne ich hab noch eine ich hab noch eine No Limit Slot rein bekommen wir gehen rein Gluttoni in letzter Zeit einer meiner Lieblingslots tatsächlich weil ich finde für No Limit kommt man hier auch relativ gut rein auch im Stream schon öfters reingekommen mit normalen Spins er muss halt natürlich auch was bezahlen wir brauchen die andere Glocke wir brauchen die wir brauchen Glocke wir brauchen Glocke weil sonst wird schwer Pizza Connected durch ja bisschen was Pizzaspring oh der ist gut der ist gut über 100x schmeckt 104€ Pizzadank danke dir 6.0 ja Pizzas nice leider kein Multi dick 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 ey ich mag die Musik auch irgendwie komm schon letzter Spin ja ok aber gut wir sind auf 80 Cent 118€ gut 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 einer der besseren Stolz heute definitiv so nächste Pragmatic mal gucken ob das heute jetzt wieder so ein standard mäßiges 50x wird Zombie Karneval Zombie Karneval das spiele ich eigentlich nicht gerne aber irgendwie Benny hat gesagt probiert Zombie Karneval ich mag den Stolz nicht ich hab da aber guckt euch an wo sind die Gehörne wie kann man hier immer noch ohne Multi pfff lächerlich lächerlich nur noch 2 Spins und bis dann kein einziger Multi äh ne Bats nicht ein einziger 50x wäre schön gewesen bei der Stolz Zombie Karneval auch kurz vor Blacklist kurz vor der Blacklist ich sag dir ehrlich Müll so nächster Stolz wanted hier haben wir Duell Bonus bekommen und ähm Duell Bonus mein Lieblings äh Feature hier in der Stolz definitiv ja wir gehen rein Duell Bonus hat letztens im Stream auf 60 Cent sehr gut gegönnt mal gucken ob der jetzt wieder im Gönner Modus ist komm müll 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 gute Multi aber ja müll connection komm 3x vs komm schon ey was ist denn das der wanted halt immer der Klassiker entweder der knallt komplett oh 3x vs connected sogar würd grad sagen entweder immer meistens gut oder meistens schlecht der hier wird gut glaub ich der hier wird gut ja Scrolls hat connected komplett durch 7 und 9er Multi ey der wird gut der wird gut 48 schonmal 44 100 ich gedacht wir ein bisschen mehr hab ich gedacht wir ein bisschen mehr aber besser als 1,60 Euro 220 schmeckt ja ok 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 80 Cent holt mal mit 222 Euro 40 gut also wir sind ich bin jetzt auf jeden Fall schonmal im Plus und das ist wirklich diejenigen die mich schon länger verfolgen und in letzter Zeit aktiv verfolgen die wissen Bonus hat bei mir in letzter Zeit absolute Gülle ähm ja auf jeden Fall Plus und wir haben noch ein paar Slots es war äh wegen den guten Base Game Hits muss ich einfach so sagen die hätte ich auch gern aber ich nehm halt alter was war denn der jetzt ähm Base Game Hits nehme ich halt bei einer Bonus Hand nie auf da waren echt sehr gute sehr schöne Base Game Hits dabei aber ja aber ja aber nicht einmal Dynamit wo ist Dynamit Dynamit Kollege 6 ah der 46X Feierende hol auch so oh ne 100x wenig 100 100 kein Dynamit Kollege kein Dynamit vorhanden auch oben da fährt nix mit Dynamit rein ey schon wieder kein Dynamit macht der Schluss ja der macht ne nochmal grad 3 Spins dazugegönnt 48X jetzt aber Dynamit auch weil es zu viel kommt ich hab bei dieser Slot einfach kein Glück was Dynamit angeht bekommen hier nie Dynamit Bodenlos letzter Spin letzter Spin ich glaub jetzt macht der Schluss ich glaub jetzt macht der Schluss ne immer noch nicht eieieiei alter Schatzkiste was das denn ich hab noch nie Schatzkiste connected was war das was wäre das gewesen hier ist hier kaum Platz noch für irgendwas letzter Spin letzter Spin ich mach schon wieder 3 Spins dazu meinetwegen aber es ist kaum Platz wir haben jetzt noch 5 alter was kommt Schatztruhe und hier der Goblin der oben reingefallen ist habe ich noch nie gesehen hätte ich gerne gesehen eines von beiden 100x ne die macht er natürlich nicht 86x für Fire Ender hol ich sag dir ehrlich sogar ganz gut Fire Ender hol meistens um die 50x back to back rein so nächste Gamo Aura auf Jupiter dieses IOV ist aus der Spiele man kennt genau den Kollegen brauchen wir für die nächsten für die guten Symbole so eins bringt dazu und wir brauchen mehr komm 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 Müll noch mehr Müll ja ok gut auch schwer das dort hier plus zu machen ich sag ja nicht schwer aber haben wir auch schon gesehen dass der gut zahlen kann zu wenig zu wenig bis dann 12 Euro bis dann glaube ich schlecht ist das dort am heutigen Mittag das wird nichts das wird nichts ich glaube schlecht ist das dort oder ich glaube schlecht ist das dort tatsächlich 16 Euro Müll soo roten 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 komm schon gönnen der kann gönnen der kann natürlich gönnen wie jede slot aber potenzial habe ich hier schon selbst gesehen was voll mit von den clowns gehabt was brauchen wir noch schon länger nicht hast du wir brauchen dieses eine so ne immer noch nicht wo ist das symbol was wir brauchen ey hier letztens bislang ja das das brauchen wir ne das brauchen wir nicht was oder brauchen wir zwei von denen ich weiß es nicht mehr schon für mein kopf zu lange her alter jetzt bist du aus der hölle tu letzter spin sehr stabil das ist der schlechteste am heutigen mittag noch nur auch auf jupiter über trumpf so wir kommen langsam aber sicher dem ende entgegen wir sind auf jeden fall im plus ja wir haben noch drei stocks hier nach das ist wie bonanza da jetzt kommt schon auch schon länger nichts mehr gegönnt auch schon länger nicht mehr gespielt ehrlich gesagt heute noch mal reingegangen auf die schnelle bei der multimüll 4 euro 80 bitte lila lila gelbe was sind das für Tafelwind aber wir steigern uns wir steigern uns zu wenig hammer für verlängerungen hammer 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 immer noch hammer schade lächerlich ich weiß aber warum ich in letzter zeit nicht mehr gespielt habe kommt relativ wenig da kommt relativ sehr wenig ich komme schon weiter ja klar 25er multi oder nicht mit dem ist so dog unit und tatsächlich ja man glaubt kaum clown feature bekommen clown feature habe ich glaube ich erst das zweite oder das dritte mal überhaupt mit normalen spins rein bekommen zwei mal im stream und jetzt die mit der bonus hat aber das bringt doch nichts solange wir keine clowns haben wir brauchen clowns 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 müll ja erster clown ist da auf der vorletzten walze er mage quack aber da können ja noch mehr dazu kommen komm walze zwei oder drei jetzt komm schon ja guck ich wollte gerade sagen connecte die karotte nein auch ja 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 gut 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 erdbeeren trotzdem gut auch mit einem clown hier 100 schmeckt schade wo war die erdbeere hinten wo war die erdbeere hinten aber 100 x ok also so 100 x und drüber ist gut aber nur ein clown das bisschen wenig bisschen sehr wenig würde ich sogar sagen mal ja 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 wir sind drin ja wir sind drin firehopper hat schon mal in der bonus hand gut gegönnt mal gucken ob es heute wieder so ist das blühwärmchen aber connection ja ganz klein ganz klein mehr bonus mehr bonus mehr bonus der multi muss nach oben gehen der multi muss nach oben jawohl zwei stück aber connecte da überhaupt was viele frische im spiel aber ist connected nicht viel es connected nicht viel da oben springt er nochmal hin aber auch da oben connected er nichts schade schade ey multi aber schon gut multi bei mal sieben muss halt jetzt was gutes passieren gute münze oder so oh nö oder lächerlich lächerlich 20 euro 19 euro 70 2 wir gehen zur letzten slot so letzter slot hand auf anubis da ich da überhaupt reingekommen bin obwohl letztes mal im stream haben wir sogar den vierer scatter gesehen äh ja aber hand over anubis ah nein hand over ich mag den start einfach nicht ich mag diesen start einfach nicht warum ich ihn jetzt überhaupt noch mal probiert habe ich weiß es nicht jetzt fällt mir auch wieder ein ich hätte es lassen sollen ich hätte es einfach lassen sollen dann lieber keine freiespiele sage ich euch ehrlich mir fällt ein ich habe hier doch noch ein spiel ich habe hier doch noch ein spiel habe ich fast übersehen fast übersehen komm wir brauchen mehr kugeln wir brauchen mehr kugeln wir haben nur noch ein spin ja na klar danke kugeln 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 ach so ein mager kugeln komm na komm das ist der schlechteste slot gewesen 7,90€ ich hasse den slot so den slot den ich fast überlesen habe auf meinem pizza zettel hat leider nicht den super bonus rein bekommen aber ich glaube den will ich auch niemals erspielen bekommen ähm die normalen freie spiele mal gucken also handover nur bis bislang schlechtester slot am heutigen mittag und ich glaube das bleibt auch so ja komm schon irgendwas gutes müll multis vernünftig multis ok aber es connectet leider nichts es connectet leider nichts 15,52€ wir hatten viele spiele und sind ja gut wir sind ja doch ja für bonus hand definitiv gut ich bedanke mich auf jeden fall fürs zusehen hinterlasst doch gerne ein kostenloses abo und daumen nach oben falls euch die bonus hand gefallen hat bis zum nächsten mal bleibt gesund Leute auf wiedersehen ciao 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 war gut.